Willkommen in Konstanz. Willkommen in Singen. Hier auf dem Gleis vor Felsen 2,85. Hier steht ein 460er 009 Strich Rieben. Dann steht hier noch ein V-DX-Filber und steht unter dem 460er, steht eine RE44, also eine RE24 mit Einheitswagen. Keine Ahnung, wohin der Zug fährt. Auf jeden Fall, der E-T-Fett fährt nach Schaffhausen.